Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja, neue Woche, neues Glück und das bedeutet mal wieder eine Auswahl der Blu-ray Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche. Diesmal habe ich es ein bisschen anders gestaltet, denn ihr wisst es, ich versuche ja jetzt ein bisschen so in die Manga, Anime, Schiene und Geschichte reinzukommen. Und diese Woche erscheint wieder sehr viel im Bereich Anime und das Ganze habe ich jetzt mal ein bisschen nach vorne gelagert. Dann gehen wir aber schon recht zügig drüber für alle, die es eben nicht interessiert. Alle anderen, die mir da ein paar Tipps geben können und möchten, wie immer, bitte unten gerne in die Kommentare rein. Und damit springen wir auch direkt über in die Desktop-Ansicht und sind hier bei Date Alive Season 3 Volume 2. Also mittlerweile habe ich schon gecheckt, dass diese ganzen Staffeln auf zwei oder drei Teile aufgeteilt werden, was natürlich die Geschichte komplett teuer macht, wenn man sich mal hier die Preise anguckt. Ich war nämlich so ein bisschen verwirrt, warum steht hier zwei dran, wenn es doch Season 3 ist, aber hier wird halt zwei geteilt. Wir haben 40 Euro, kann man sagen, hier für, Moment, wo haben wir es denn stehen, wie viele Folgen sind denn dabei? Folge 5 bis 8, also wirklich sehr wenig Material, 96 Minuten, das ist schon echt happig. Produktionsjahr 2019, Erscheinungsdatum ist, ja, der 18. August 2020. Mehr Mädchen, mehr Action, mehr Dates. Jo, klingt gar nicht schlecht. Ob ihr mir das empfehlen könnt oder nicht, wie immer unten in die Kommentare rein. In A Place Further Than The Universe haben wir hier Volume 3, also Volume 3, Episode 10 bis 13, 31 Euro und 13 Cent. Da können wir draufklicken, da haben wir wenigstens ein paar Vorschau-Bildchen mehr. Ich gucke mir das Ganze jetzt dann immer auf YouTube-Trailermäßig an oder vielleicht gibt es auch manchmal ein paar Folgen. Dann entscheidet dann für mich selbst, aber so nach dem ersten Durchklicken ist das jetzt nichts für mich auf Anhieb, aber sagt niemals nie. Dann haben wir Tsuki Gakirei. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Wahrer Zungenbrecher. Was wir hier haben, eine Gesamtedition Episode 1 bis 12 plus 6,5. Sehr, sehr komisch. Klicken wir mal da drauf. FSK 6. Nach der Freigabe sollte man jetzt nicht unbedingt gehen. Gezeichnet sieht das Ganze eigentlich recht ansprechend aus, finde ich. Und wie wir anhand der Sternebewertungen sehen können, da darf man aber auch natürlich nicht immer nur darauf gehen, ist das Ganze sehr positiv bewertet worden und anscheinend auch sehr beliebt. Und hier haben wir dann eine kleine Inhaltsangabe, die lese ich jetzt nicht vor, die lese ich mir im Nachhinein dann mal durch, wenn mich das Ganze interessiert oder wie gesagt Trailer oder sowas bei YouTube. Mach mal weiter mit Midnight Occult Civil Servants. Auch das wieder hier ein wahrer Zungenbrecher. Weiß gar nicht, was hier los ist. Von der Edition hier sieht das Ganze schon mal recht ordentlich aus. Die Zeichnungen sind auch okay. Ja, da haben wir Volume 1 Episode 1 bis 4 für 26,80 Euro. Das geht noch. Dann haben wir Hunter X Hunter Volume 11 Episode 113 bis 124. Also hier haben wir ein paar mehr Folgen drauf. Wie viel Spieldauer haben wir denn hier? 282 Minuten für 42,92. Okay, das Ganze ist noch ein wenig vertretbar, kann man sagen. Hier ist doch von der Laufzeit her schon einiges geboten, wie wir sehen können. Dann haben wir Astra Lost in Space Volume 2. Wenn es denn ladet. Jo, so schaut das Ganze aus. Sieht auch nicht schlecht aus. Und hier haben wir Limited Edition und zwar für 36,08 Euro am 21. August 2020. Human Lost, da klickt man jetzt auch mal drauf. Der neue Film von Afro-Samurai-Regisseur Fubi Nori Kisaki. Jo, so sieht das Ganze aus. Was haben wir denn auf der Rückseite? Hier können wir noch ein bisschen das Ganze höher, etwas näher gestalten, damit wir uns auch die Inhaltsangabe durchlesen können. Klingt nicht schlecht. Ich habe mir das im Vorfeld schon mal durchgelesen. Fand ich sehr interessant. Laufzeit 109 Minuten, Bild, Ton und so weiter und so fort. Was war denn der Preis hier nochmal? 35 Euro, nee, hier 22 Euro und 41. Ach, hier habe ich was drin. Goblin Slayer. Deswegen sieht das die ganze Zeit so aus hier an der Seite. Ja, okay. Da habe ich mich ja zuletzt im Saturn durchgewurschtelt durch die Anime-Abteilung und mich gefragt, ob es sich da lohnt, die einzelnen Media-Books zu holen oder nicht. Ich glaube nicht, so eine Gesamt-Edition dürfte definitiv reichen. Dann haben wir hier Higurashi Re. Da stand am Anfang erst gar nichts drauf. Higurashi Re Steelcase Edition. Was ist es für eine Staffel? Weder hier eine Zahl drauf oder nichts. Aber unten in der Inhaltsangabe habe ich dann gefunden. Hier bist du bereit für Season 3. Und hier sehen wir ja, dass es bereits Volume 5 gibt und so weiter. Und so fort. Haben wir einige von euch empfohlen. Klingt auch sehr spannend. Ist auch cool mit diesen Future-Packs, was hier rauskommt. Aber natürlich auch keine kostengünstige Geschichte. Das ist natürlich auch klar. Da wäre es vielleicht mal interessant, mal bei ein paar Schnäppchen-Tipps hier sich ein paar Animes rauszusuchen. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt da sowas auf euch zu. Dann haben wir noch eine Mediabook-Edition von Kono Super Season 2 Volume 2 Mediabook. So sieht das Ganze aus. 34,99 Euro. Wurde jetzt, oh, doch noch eine Woche nochmal nach hinten verschoben. 28. Macht nichts. Da haben wir jetzt das dabei. Dann passt das in diese Anime-Geschichte rein. Also, falls ihr da etwas empfehlen könnt, wie immer unten in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und jetzt machen wir weiter mit den normalen Filmen in Anführungsstrichen. Der Kurier, sein Leben für die Freiheit haben wir hier am 21. August für 13,99 Euro. Dann haben wir die verlorene Welt im Mediabook. Hier eine Sternebewertung. Wenn man unten hinklickt, kommt nichts raus. Ich verstehe das nicht. Falls ihr da mal was wisst und Bescheid sagen könnt. Es sind null Kundenrezensionen am Start, aber eine Kundenbewertung. Wie geht? Einfach nur bewerten, ohne was zu schreiben. Wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht. Sehr komisch, deswegen kann man sich daran überhaupt nicht orientieren. Genauso wie hier bei World Gone Wild. Die letzte Kolonie Uncut Limited Vintage Mediabook mit Blu-ray-DVD in HD neu abgetastet. Drei Sternebewertungen haben wir hier. Aber die sind allesamt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob das von Amazon UK ist oder US oder Sonstiges. Hier aus den Vereinigten Staaten. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Okay, also haben wir US. Aber es ist eigentlich auch sehr, sehr wenig aussagekräftig. Zumal ja hier zwei Stück von 2015 mit einfließen. Also wie immer die Sternebewertungen mit Vorsicht zu genießen. 33 Sternebewertungen hier bei Ninja. Die Killermaschine. Limitiertes Mediabook DVD plus Blu-ray inklusive Booklet. Für 21,19 Euro. So sieht das Ganze dann aus. Finde ich gar kein schlechtes Cover. Dann haben wir The Handmaid's Tale. Die Geschichte der Dienerin im Mediabook. Und zwar Blu-ray plus DVD. Auch hier für 18,99 am 21. August 2020. Dann haben wir was für alle Til Schweige-Fans unter euch. Nämlich die Hochzeit. Juhu. Jawollingen. Da geht das Ganze, glaube ich, weiter mit diesem Klassentreffen. Nach Klassentreffen der neue Film von Til Schweiger. Sollte ja irgendwie eine Trilogie werden. Wenn ich mich da recht entsinne. Dann haben wir Enkel für Anfänger. Auch hier eine Komödie aus Deutscher Lande mit Heiner Lauterbach. Dann haben wir noch Außer Kontrolle. Halt nicht an. Das ist ein Thriller aus den Niederlanden. Die Bilder sind leider wenig aussagekräftig. Aber hier wird eine Familie verfolgt und terrorisiert. Wie wir lesen können unten in der Inhaltsangabe. Dann haben wir noch The Hidden Soldier. Mit den Stars aus Disney's Mulan. Emily Hirsch. Und den zweiten Namen spare ich mir. Weil das ist echt ein Zungenbrecher. Das kriege ich nicht ohne großartig Üben raus. Tut mir leid. Und hier haben wir noch ein paar Bilder. Sieht jetzt, ja, für mich persönlich nicht gerade interessant aus. Aber es gibt ja viele Leute, die auf solche Filme stehen. Deswegen nehmen wir das immer selbstverständlich mit rein. Wir haben Inner Ghosts Schlüssel zur Hölle für 10,39 Euro. Ab dem 21. August. Ja, auch die zwei Bildchen sagen jetzt nicht großartig viel aus. Dann haben wir noch Spielplatz des Teufels. So, können das Ganze ein bisschen hochklicken. Na ja, mag er jetzt nicht. Aber hier hinten haben wir die Inhaltsangabe und auch die technischen Daten mit drauf. Und was es sonst noch an Bonusmaterial gibt. Was haben wir hier preislich veranschlagt? 17,75 Euro. Auch nicht gerade günstig. Ab dem 21. August 2020. Support the Girls. Ich habe zuerst gelesen Support Girls. Also irgendwie, ja, zwielichtig. Man muss schon genau lesen bei diesen Titeln. Der erscheint am 21. August 13,29 Euro. Dann wieder etwas Kurioses aus der Horrorabteilung. Zombie, wow. Photoshop-technisch auch mal wieder vom Allerfeinsten. Großartig. Wird sich hier nicht ausgelassen mit irgendwelchen Bildern. Man mag die Kunden wahrscheinlich nicht vorher schon versprechen, wollte ich schon sagen. Ich habe mich gerade versprochen. Aber verschrecken sollte das heißen. Make America Hungry Again American Zombieland. Angriff der Fett-Arsch-Zombies. Ha, das mal ein Titel, oder? Da muss man definitiv mal warten, bis der auf Prime zu sehen ist, um einen Blick zu wagen. Sieht nach übelsten Trash aus. Aber sowas kann ja auch witzig sein, wenn der Film so scheiße ist, dass es schon wieder fast gut ist. Ja, auch ohne irgendwie ein Kasten Bier. Und zu guter Letzt haben wir einen älteren Film. Und zwar 40 Tage, 40 Nächte. Der hier, ja, relativ schlecht wegkommt, weiß ich nicht wieso. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand die Idee gut. Und Josh Hartnett spielt die Hauptrolle hier auch super sympathisch. Auch sein weiblicher Gegenpart hier, sein Love Interest, fand ich sehr annehmbar. Und ich fand den Film recht gut. Ich würde ihn eigentlich so eine 3,5 von 5 geben und kann ihn eigentlich jedem empfehlen. Muss jetzt natürlich nicht die Blu-ray gleich sein für 11,40 Euro. Aber wer den Film noch nicht gesehen hat, kann hier einen Blick wagen. Josh Hartnett entschließt sich, wie hier schon drauf steht, keinen Sex für 40 Tage und 40 Nächte zu haben, weil er einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich da ein bisschen zügeln möchte. Aber Jux lernte eine sehr hübsche Dame kennen, die nicht so lange warten möchte. Und so kommt er dann natürlich in Zwiespalt mit dieser Sache, weil er die ja groß angekündigt hat und das Ganze viral gegangen ist. Und es sogar ein paar Frauen gibt, die Wetten abschließen, welche es denn schafft, ihn doch rumzukriegen. Also ich fand den Film super unterhaltsam, sehr spannend und kann ihn euch eigentlich nur wärmstens empfehlen. Jo, meine lieben Filmfreunde, in diesem Sinne soll es das gewesen sein mit dem heutigen Video. Wenn für euch was dabei war, gerne wie immer unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn ihr wisst Bescheid, sonst seht ihr nie wieder ein einziges Video von mir. Danke fürs Zugucken, einen schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal und Servus.